EZ! Kamu, wo ich da bin. Alter! Nein, 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 nicht! Ich wollte dich nur ein bisschen erschrecken. Ja, erschrecken, schieß mir voll in den Fuß. Ich hab mir so in die Brust geschossen. Oh, hey, ist ja. Hast du wieder was für YouTube? Ja! Das ist so far from a gang. Also, der ganze Runde aus deren Team gerade. Der Name. Wenn wir mal die Buchstaben ein bisschen drehen. Ich glaube nur ran. Jetzt sind sie jede Runde bei mir. Weil du nicht das. Ja, ich spiele immer mit denselben Leuten. Die Sache ist, äh... An den Herrn Sven ist vielleicht nichts on stream, so zu sagen, eigentlich. Aber... Guck mal bitte die Namen von... die Namen von dem ganz oben, ne? Kawai Uwu? Ja. Nate... Drehen wir die Buchstaben ein bisschen um so. Ja, okay, okay. Ja, klar. Ja, Kawai Uwu. Leute? Wir sind am Arsch. Wie spricht man? Ja, ich glaub du hast Sprachstätte raus, oder nicht? Ich hab den an, ich höre ihn ja. Äh... Da B-Gobie. G-Gobie. G-Gobie. Also, B-Gobie. Keine Ahnung, vielleicht mit V oder so. Für Voice. Äh, Funk nach rechts Z. Ah, Z. Ich brauch nur verwenden K. Was ist hier außen eigentlich? Ich hab die gesaved, Janik. Oben? Au. Krass. Ähm, halt auch. Komm jetzt auch los. Der war auch oben. Ah, ich bin stuck. An Mona. Mona Lisa. Komm hinter uns. Oh! Wo war der? Unten. Der hat, der kam direkt. Der wird aus der Figurin. Hättest du... Äh, das hab ich die getroffen hab! Auf geht's Mona. Mona Lisa. Äh, Smurf-Clan. Geil, ne? Da könnt ihr hier direkt alle melden. Hinter den... Nein! Oh! Sogar mit dem Messer! Nein, er trömt trotzdem verloren. Aber er hat das so gut gemacht. Er hat die einfach so gefitzt. Einfach so... Einfach geschmessert. Geschmessert. Hat sogar auch ne AK jetzt gekauft. Hast du die aber auch verdient. Ja, hast du die verdient. Okay. Wer so krass besser kann auch ne AK kaufen. Ja. Veit, was los? Wenn was wegkommt. So. Wer so? Ich hab jetzt alle gekauft. Haben die's halt geboostet? Hast du nie? Ich hab ihn ausgemurzt. Ja, aber der eine hat den anderen schon Themenstatten gemacht. Also... Okay. Sven? Ja. Ich mach Tür auf und ihr haltet durch. Drei... Zwo... Eins... Okay, los! Okay. Die Bombe... Die Bombe liegt... Äh... Da hinten. Ja, schade. Oh, wir haben die Bombe nicht. Na super. Genau Mitte. Da... Da... Kommen wir jetzt zur Bombe? Einer hab ich? Noch einer? Wo? 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 Okay. Einer da und der andere war hinten Mitte. Ach ja, man kann auch... Ich markieren. Ach stimmt. Nice. Der andere war da gerade. Also... Bei der Bombe. Genau da, wo du drauf bist. Ist auch drei Leute noch. Ja. Stimmt. Einer von hinten. Hab ich? Noch? Noch einer. Ich hab Sprachstät aus, ey. Die Bombe-Kofi. Au, au, au. Hier, fein in den Arm gestoppt. Das hätt ich schon ein bisschen mies. Ich hab Sprachstät aus, aber hört trotzdem irgendwie Leute. Das war wegen... Das hört man durch meinen... Durch meinen, äh... Jetzt war auch wenn los. Ich würde mich so wieder in meinen Sprachstät ausmachen. Aber da benutzt du es. Das ist gegen unseren coolen Maid, ne? Aber psch. Psch. Ah, laut. Er ist zu laut. Los, los, los. Hand your mother, ey, mein... Ah, ja. The mother ate my dick. African man with zebra head. Och, nee. Der geht nicht. Der ist schon gemeldet. Wow. Oben war einer. Und nur einer. Ander flanked. Das ist der Pussy. Schon wieder. Die müssen kommen. Easy. Ich hab einen gebleibet gekillt. Wie sieht... Alter, krass. Ich hab einfach... Okay, ich hab die Maus. Hast du nur gedrückt, ne? Fuck. Der ist, äh, unser Spawn. Der ABP ist safe. Muss weggerannt. Janik! Oh! 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 Krasser Typ. Janik ist krass. Janik jetzt auch was kaufen. So. So. Weiter, wir kommen in dich. Hm. Wer will die haben? Hä? Das war's. Oh, scheiße. Alles gut. Dann nehm ich die. So. Alles klar. Jeder hat mal jeden einen gewachsen. Krust, geh raus. Jeder hat die Waffe gegeben. Easy. Easy. Ja. Das ist ein wertvoller Empfehler. Ich hab den Gegner, der sich heilt, geblind, keilt. Ah, einer oben und einer unten. Zeig mit, zeig mit, zeig mit. Wend. Wend. Scheiße. Ich komm jetzt. Um die Ecke. Das ist meine Ackergefühle. Hat der ausgehalten. Alter. Ich zieh immer zu tief. Da Acker. Mona. Du bist jetzt schon ein Strollerloy. Ah, was? Ah, schade. Oh, Mona hinterlinnen drin. Oh, Mona hinterlinnen drin. Mona. Oh. 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 Schade. Was kommt denn da? Ah, meine Wille ohne. Du musst mehr auf den Kopf ziehen. Ich muss generell mal ein bisschen was treffen. Ich muss Eckhund. Ja. Soll ich euch irgendwie eine UMP oder so kaufen? Kann das nicht jeden Ding. Von daher, ne. Schade. Dann, kaufe ich auch nicht. Let's go! Für's Tee. Ja. Gründerform ist 1,90. Und dann eine Dorangstee, wenn er stimmt. Und dann E di. Dann fight dran und dann spenden. Die Waffe wird einmal komplett durchgereicht. Okay. Dann erst gegen das. Ja. ich habe eine kugel 3 3 wie das der klein c geschossen oder was ich mag die ich mag die ak überhaupt nicht ich kann aber nicht ich habe mich angezündet das ist bei dem was ok hier rein aufpassen drei leute ich glaube da wo die waffe flog ich hab den mit der arfe weggemacht war der da war also jetzt wahrscheinlich nicht mehr ich bin einfach krass dann beim nächsten mal schießen wir alles daneben und ich denke warum warum nicht einfach aber ich wurde von unserer media zu mal geflasht ich fand es ein bisschen ja ich bin logisch angeschossen schein geholt ich glaube hast du es ja ich gehört zu der gegen so geil ist noch ein gegner okay bist du bei euch oder ich habe noch eingeschafft das sollte es oben es oben es oben ich habe raus bitte und zu sterben würde eigentlich hin da oben da habe ich hier du hast aber doch überlebt aber die akk geht jetzt gerade jetzt gerade bin ich ein bisschen so vielleicht das play ist noch wie ein scheiß avp ist kein avp ist ein anderes hat sich ein bisschen geändert warum ich hab das selber ist ja nicht aber er hat so angeschaut ja du bist mann kreuz dieser afrikanze bei ihr beides gleich fahren kreuz das machen die bestimmt ich habe nichts gemacht und zum monat noch ein app leider ist nicht so gut ja warum enden so ab das macht unser afrikanze bra ich glaube ich habe das nicht gehört er hat uns damit holen können ganz schwierig und die metten so schlecht im herr gar nichts ich glaube 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 ich habe auch selten alter was ist hier los ich flaxen alter habe ich leben noch wir sind angeschossen ja hier ja okay wir machen links ramba zamba machen wir da ich bin blind hinter der eck da steht jetzt also zum bk so richtig bei mir bei mir bei mir bei mir immer zu krass unterwegs ich habe voll sein koffer hier halte ich brauche keine hilfe ich brauche keine hilfe zu krass die haben ja gold alle überleben sie ausreichend ich brauche seine nase wie im fiel geschnitten er hat sie fliege auf eure zwei waffen zu mir ja es werden jeder will der verständnis hihihi zu wild völlig überfordert hihihi kann er hoch gleich ja sie geht ja 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 geht das wird alter er wird aber als er schon das kann ich jetzt mit der pfk-pistole hier wurde liegen gelassen am ende jetzt alle weg waren ich habe ihn nicht getraut die aufzusammeln geholt da wo orange ist genau da steht ja oben rechts oben ich habe nicht einfach so mich rein habe ich keine coole empfehlen das kaufen okay hat die schon gemacht der hat der okay aber da habe ich schon gesehen eben genauso ich bin tot ich weiß nicht wie er so krass schießen kann ja nicht durch jetzt da oben ja geil alter feit ich hätte einen einfach von hier hinten nach da genau scoped meine k jetzt habe ich meine k wieder so ich probiere nochmal die sg alles klar soll ich nochmal boosten Sven ja kannst du versuchen ja ich weiß nicht niemand will den AWP das tut mir leid okay Sven besser geht okay die haben es nur gut da okay die haben es nur gut da okay ich bin der Poster 2 2 im vent im vent wo ist der vent ja da einer wird vermutlich geboostet also von da aus kann kann nur einer durch wenn der andere geboostet wird ich habe 71 Schaden gemacht den anderen weiß ich nicht da ich renne aber bild checkshot wenn du musst in ekspыл ich wusste ich wollen mit mir es wird schon ein bisschen schwierig jetzt zu echo machen doch eigentlich heißt der typ der ganz oben bei dem scoreboard das heißt eigentlich hate n bombe hat love christmas ganz ganz schwieriger name an der stelle aber eigentlich eine die buchstaben und das so anstellt ist wenn mir kommt jemand eben ist gucken ich habe ich stehe auf richtigen dummes auch für eine sniper eigentlich aber wenn ihr reinkommen dann ausgub ich den mit hier aufmacht boom nicht du ich wusste gar nicht dass ich die bombe habe ja aber du sagst das betten soll was ist was ist das denn ja gut war krass aber nicht das habe ich doch nie gehört wenn ich wieder rein habe dann mache ich immer links klick und muss ich mir machen das ist nicht gut alles da oben in den fenstern ist weg Der auch ne AWP? Okay. Ja. Ist noch jemand ne AWP? Spring über den Kopf! Spring über den Kopf! Irgendjemand! Wo kommt einer? Also sind wir in der Mitte oder in der Links? Hi. Hi. Ich sag nur über den Links. Spring vielleicht. Komm her, schnell! Ist du oben? Ich bin oben. Wo der in der Mitte ist? Niemand. Mitte, Mitte, eine Mitte! Der ist da. Gerade gewesen. 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Ja, let's go! 4 Leute geholt! Boom! Oh, ich hab sie den Ace weg, this next! Oh man, ne. Ah, ey, 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 ich seitenwechsel! Boah, seitenwechsel. Da freu ich mich drauf. Das Wohlrode finde ich immer ganz schwierig irgendwie. Ich muss sagen, die Pistole von hier, AT, ist, finde ich geiler wie ein Schalldämpfer. Also die Waffe von, die du jetzt hast, ist besser als die Waffe, die du jetzt hast. Ey, du hast doch einen Schalldämpfer. Aber die hat einen Schalldämpfer, deswegen. Also ich und Deutsch heute auch ganz, ganz ernst. Ja. Also ich bin lieber AT statt T. Von den Waffen her. Guck mal, was ich geschafft hab. Alter! Ich hab mich der Lampe. Nice fight! Aber wir kommen aber gar nicht hierher. Wir kommen hier um. Au, au, oh Gott. Kann ich mich nicht hochfusten? Genau gleich der Plan. Jetzt sind die Old. Zeit! 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 Verzug! Verzug! Alles klar. Ich bin auf der Seite, ich bin auf der Seite. Au, au, ich bin stuck! Jungs, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin bei dir. Und wo sind die letzte? Warte mal, ich bin nicht. 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 Oben? Alter! Direkt Headdy bekommen. Dann ist doch nicht mehr normal hier! Scheiße! Instant Headdy! Weiß noch, zwei noch, zwei noch. Ja, der ist hinten dran. Mach's so, easy. Ja. Das ist so weird. Oh Mann! Sieht schade! Ich hab... Ach, come on. USP sucked. Fiese Sache. Fiese Sache. Oh Mann, ey. ECO RINO. Wieso ist das eigentlich mehr gerettlich? Ich glaub, ich kauf mir trotzdem ne Diegel. Ich glaub, ich kauf mir trotzdem ne Diegel. Ich kauf mir ne Diegel. Ich kauf mir ne Diegel. Weil vielleicht bin ich ja krass und bin so ein richtiger krasser. also... Der ist wirklich krass. Ihr wisst, was ich mein. Ich war so bum bum, headshot, headshot. Ja. Ich kauf mir. Okay, einer. Einer. Alter Mona! Alle hier. Alle hier. Wo? B. Alle B. Alter Mona, schnapp mir den Weg. Mona, kannst du machen. Ah! Ah! Oh! Ich hab's ja alle gesehen. Ich hab's ja alle gesehen. Ich hab's ja alle gesehen. Ich hab jeden bestimmt einmal angeschossen. Alter. Ich glaub, ich hab Mona angeschossen, weil die nicht vor mir einen Schuss gelaufen ist, die alte. Naja, hast du nicht. Okay, dann ist gut. Naja, hast du nicht. Okay, dann ist gut. Naaain! Au! Warum ist das nicht so gut? Alter! Ich bin bei mir so voll leise. Wie, wie schreibt man den Old Chat? Ich weiß es nicht. I? U? Ne, EUs Team. O? Wie schreibt man den Chat? Also für einen T oder? Ja, natürlich Y. Natürlich. Ach, für Chat. So, er sagt, ich hab Wallhackers. Ich hab ihn ja nicht vor zweimal gesehen, bis er da in die Ecke reingelaufen ist. Halt nicht die Schalter einfach wegkommen. Bitte safe. Bitte safe. Äh, es scheint A zu sein. Ja, B ist auch safe. Ja. Ich komm rüber, Alter. Ich rotiere auch rüber. Komm bis B. Äh, A. Easy. Kamu, ich habe ihn angesehen. Alter! Nein, 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 nicht. Nicht. Was? 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 Ich wollte dich nur ein bisschen schrecken. Ja, schrecken. Schrecken, schieß mir voll in den Fuß. Ich hab mir so in die Brust geschossen. Oh, hey, Sam. Hast du wieder was für YouTube? Ja. Wer hat angefangen? Ich, äh, glaub das war ich. Nee, glaub das war ich. Und ich bin ziemlich sicher, dass jetzt auch nicht mehr hier hingehen, weil... nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ja, vom Mittag aus hat geworfen. Eine Flash. Einer oben. Einer ist nicht. Seht wohl, also eine Tendenz A, aktuell würde ich sagen. Ja, B ist das safe. A. Ja, 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 ich hab auch A ihn geholt. Ich rotiere. Einer nach oben. So ein Wichser. Ich hab 1,2, also Orange hat 2,70. Ich hab mich gekilltert. Der war oben, weißt du, bei den Busen. Einer nach oben. Ich hab mich gekilltert. Der war oben, weißt du, bei den Busen. Einer nach oben. So ein Wichser. Ist er da wo noch? Kann sein. Dann wäre er links in der Ecke. Und nach hinten. Da oben. Da oben. Da, ne? Und dann war er dann links in der Ecke. Ah, okay. Genau da sind wir da. Da siehst du ihn halt nicht direkt. Ah. Flalschbang. Ah, so witzig. Die beiden tauschen ihre Waffen. Äh, also die Tiete. Fight. Hm? Let's go. Warte. 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 Oh, ich hab ein Skin. Jetzt bist du krasser. Ich bestimme, hab ich ein Warlack. Ich glaub, ich muss bitte nicht gucken. Woher wissen wir, dass ich ein Warlack hab? Alles B oder was? Ja. Haben wir aber schon. Kommt man hier nicht hoch? Ich hab zwei geholt. Ich wär gut. Ich bin tot. Mess. Was? Die Banane hat mich geholt. Die Banane hat mich geholt. Warte, wer geht einfach nicht. Entweder hast du AWP oder kannst du nicht. Oh Mann, ey. Ja. Äh. Was soll ich dir kaufen? Äh, ja. Was willst du jetzt haben? M4. M4. Okay. Ähm. Gebe ich dir gleich. Okay. Okay. Einer mitte. Einer down. Ja. Tendenz ist wieder A. B ist doch ruhig, ja. Ja, bei der Tür, bei der Tür, bei mir, bei der Tür. Ich hüttel. Ich hüttel. Ich hüttel. Ich hüttel. Ich komm wieder bei der Mitte. Na! Full Flush. Einer Garage. Einer Tür. Einer Garage. Garage ist tot. Scheiß. zurück ich will es nicht nein 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 vielleicht willst du gar nichts kaufen ich gehe gerne ak es geht deswegen gar nicht, deswegen macht er das easy ne da ist ein skin drauf ist das mit skin direkt besser? ja skin bringt win ok mitte einer mitte ist ge... ok A ist zu ruhig also A ist 2 warte mal, ich muss da eine Tür hier gehört einer will wenden wend einer kommt durch wend scheiß imposter ja ist er da wo noch? der ist wend rechts der ist angewendet schon rüber auf B hab ihn nice auf geht ja, die ist hoch hier B ist bei B und hinter mir bei wend hinter mir gewesen einer in spot wo ist der andere? einer war vorhin noch beim vent also ich weiß nicht ob der da noch ist der war vorhin noch beim vent der Wund wurde geplantet warte mal das ist A der war wirklich ja natürlich ich hab den vorhin noch gehört ne mit messern da bitte schneller also 2 so für wenig Zeit oben rechts was? war dann glaube ich oder nicht? ja das war richtig ja was fuck egal wir können das Ding noch heißen wir schaffen das ja ja alles gut ja ja alles gut ja alles gut ja ja alles gut ja alles gut ja alles gut ja mal ist halt in Ordnung dann macht ihr wieder rambazamba ja und jetzt jetzt machen wir wieder hier sein rambazamba action hier mitte oder was fehlt das hier? mitte ist hat du kamst schon mal eine flash b war feuer aber ich glaube das war von mona mitte ist bisher nur b ist was ja b b ok unbewegen ok sie haben flash geworfen ok sie haben flash geworfen ich heil dich ich bin sage mona so ne kacke wo sind die? warum denn im mittelgang bist du jetzt einfach der seite weiter hinten bei bransch auf der höhe ungefähr hier in die? wir sind jetzt im mittel gerettet orange hat sie sich gerettet also könnt ihr jetzt B gehen na A hab ein bei B hab noch ein ja ist wieder A na A ist der letzte Zeit na A so so sehr dankbar ja ist nicht dein Ernst oder? wo ist der? ich weiß nicht ich glaube er ist hier hinten in der Ecke naja ist auch da fahrt ihr macht die nachher wir sind aufgerjagt wir sind aufgerjagt hier oben das Zeichen heißt ich bin beim laufen habe ich ihn geholt ja ne wenn er so eine Wolke ist das soll grad sagen du hast aufgerjagt zu entschärfen ne oben in nem killfeed ne ja da hatte ich nen Headshot und auch neben drauf so ne Wolke ja das macht ja auch Sinn ach ich mach mal los ok ok 95 ich bin zufrieden sag mal haben die alle was gegen den Strom du? ich versteh das nicht äh du ich hab das schon längst im melde wegen dem Fall ey ganz ehrlich ich hab die ganze Zeit gecheckt und da ist nur die smokeart in der Ecke er muss halt da sein oder er ist in der Tür ich hab immer noch reingesprayt mit mitte sagt aktuell höre ich schon mal Steps Tendenz fliegt nach B B ja A ist ne A ist auch was A ist auch was A ist auch was A ist auch was B B B A ist auch was A ist auch A ist auch A ist auch geflasht ich brauch Hilfe bleib ich mehr bei dir fight hier sind 2 Leute auf A ich seh die leider nicht ok oh come on scheiße ah da kommt Wind hallo na war du krass komm bis hier komm mal ja so komm hier durch was oh man ey ich will auch da steck dich wo ist denn neugrün hacka please oh da war ne one tap und andere das lässt mich halt hey magst du mir ne Scar legen? was soll ich dir legen? ne Scar Scar ja m4 m4 und andere ganz nix ehre so alter was haben die mit dem scheiß gay ich weiß auch nicht oh hat er gesnaped oder so oh ah 3 3 3 3 4 4 4 4 oh oh ich auch oh ich auch das war ein paar Leute zuviel oh man ey das war ein paar Leute zuviel auf geht's auf geht's auf geht's ja Mona links ja 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 Mona du bist es Mona unten ne die pushen sie ok alles drin aussehen ah schade ah schade na jetzt haben wir die Scar ich spiel nie wieder Scar ich spiel nie wieder Scar ja wieso ich denke dass ich was anhabe ich bin halt ich als wäre ich jetzt so ein Radiance spiel dann würde ich so one klicken und sowas ok aber was für wallhack ich habe ihn zwei mal in die Ecke laufen sehen als er das gesagt hat ja mach dein Hacks aus ich habe ihn angeschossen ich habe ihn angeschossen geht in die Ecke und denk ich weiß nicht was er da ist hä hä das ist halt CS ich bin wieder A oder es ist B B aber das brauchen wir noch nicht da ich komme in die Mitte ich komme bei A ein bisschen rum in der Mitte ist gesmoked alles B oder B ist Action auf jeden Fall ich komme zu dir ich komme hoch schieben ja warte oder vor allem der Schilder Alter hast du ihn? Ne der hat sie versteckt ist rechts rum da so Schnell! 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 Kannst du dich hochschieben? Aber besser kannst du dich hinstellen, irgendwie. Ja, ich kriege schon. Kannst du dich um? Okay, recht. Ja, ja. Ist oben? Jetzt frei. Echt jetzt? Waren wir dich. Ist die Bombe bei euch oder? Nee, die ist throwing you out. Ah, bei A. Da haben wir schon gehört. Wo? Da in der Ecke. Oben sitzt einer, oben sitzt einer, oben sitzt einer. Da war auch keiner. Den Sniper, das ist nicht gut. Au, au, au. Alter, da oben rechts haben wir natürlich wieder Instant Handy gegeben. Was? Der andere war links. Gebäude Tür. Anspot. Der wurde gemerkt. Gott, bin ich schlecht, ey. Ach, quatsch. Alles gut zu hören, ist deine Sicht, wenn wir es gewinnen sollten. Wow. Ich hab vergessen aufzunehmen. Ich hab die beste Spiele bekommen. Ach, wir sind ja gewinnen. Ich dachte, wir sind in der Ruhe gestanden. Ach, ja, nee. Ich hab die ganze Zeit schon. Ich hab die ganze Zeit schon. Man beschwert sich eigentlich, das war die ganze Zeit. Sie sind doch in der Führung. Was heißt das? Was heißt das? E, 6, A, Bin. One-Tap, Matwe. Stimmt, nur das Dinky. Also mittel ist bisher frei. Oh. Wir haben ein bisschen verkackt. Okay, Mitte war eine Mollo. Klingt nach B erstmal. E, B, Blint? Was weiß ich? Nein, der Slow is low is low. Er ist doch nicht low, das sind zwei Leute. A, 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 A. Ja, B, Blut. Ich hab's jetzt. Let's go easy. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Das ist doch frech. Das ist doch nicht frech. Wie denn, ich soll's vielleicht nicht versuchen, das Rollstuhl zu fangen. Ich glaub, es ist nicht freundlich zu dir. Ha, ha. Hab ich gleich. Ha, ha. Oh ja. Oh baby. Alter, war's geil. Weil du gewusst hast, der da rein springt. Er geht vielleicht oben hoch. Das sah doch aus, wie wir da hochgehen. Was ist das für eine Waffe? Ska. Ska, die du mir geschickt hast. Oh Gott, das ist ein Flash? Irrs. Vielleicht bewegt dich mal ein bisschen, dass du nicht an der gleichen Stelle stehst. Wir müssen sehen, anderen. Oh. 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 Ich will nur Zeitchen gerade. Weißt du, der ist oben? Ich weiß es nicht. Oh, der ist all geplantet. Scheiße. Der ist ja schnell geplantet. Ein muss ja noch hinten sein, oder? Was der denn? Alter. 79 habe ich noch gedrückt ok ich war es nicht ich gehe dafür mit ab ich gucke da mitte wissen das war meinst du selbst bei mir so langsam oder sprinte nichts scheiße und ich würde eben die empfiefe ist krass ich hätte ihn droppen können aber ich glaube nicht dass er das so kommunizieren kann das funktioniert ok das ist wieder wird ok 3a 34 ist schlecht david ob du mitmachen kannst also ich wollte gleich ausmachen weil ich morgen die arbeit muss also für mich wäre das erst die letzte runde gewesen ich weiß nicht ob die anderen beiden noch weiterspielen finale weil ich muss nicht morgen früh raus hier also jetzt aber zwei krass die junge linke viel familie die denken wirklich ich hecke was ist aber jetzt werden sie wirklich gesperrt oder nicht bis morgen vorübergehende strafzeit geil strafzeit das ist so far from a game what you saying it ain't nothing but heart work and dedication quit complaining look at my life feel my pain when it comes to me and you are not the same this is so far from a game